Kommen wir zum Backblock! Das wir dann den Kreis benutzen. Aber ist halt cool, jetzt haben wir ja nur noch ein Dino hier unten rumstehen. Das ist halt immer der Dino, den wir immer am meisten benutzen, so. Macht halt voll Sinn. Ah, sieht's richtig schön ordentlich hier, ey. Nice, gefällt mir. Freut mich gerade. Wird langsam. Musik Amen. Das sieht doch ganz schick aus eigentlich. Ich kann sich überlegen, dann nicht hier irgendwie eine andere Blöcke reinzusetzen ringsrum. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Weiß, wieso folgt er mir, ich habe ihn man gar nicht geklater. Soll ich, der ist ja mal auf ihn getept, er küppte es. Okay, das ist interessant So gut, Leute, ich habe mal, weiß ich nicht, unter Tag noch ein bisschen Zeug abgebaut Aber ich glaube, zum Leveln würde es deutlich schneller gehen, wenn ich mir meinen Affe schnappe Mal gucken, kriege ich den jetzt einzeln raus Kann ich den einfach rausnehmen? Okay, cool Und ich mit dem Affen erstmal noch ein bisschen Viecher kille Ich muss sowieso noch ganz, ganz viel magische Pfeile farben, beziehungsweise Sachen für magische Pfeile Und das kann ich parallel dann gleich damit noch machen Weil ich würde dann nämlich gerne mal versuchen, auch so ein Eis-Elementar und so ein Feuerelementar und so Irgendwie zu tamen Da muss man noch ein bisschen Zutaten farben dafür So, ne, das heißt, ich kille jetzt magische Spinnen und so ein Zeug Vielleicht versuche ich auch mal ein Drehand und ansonsten farbe ich einfach magische Sachen, damit wir magische Pfeile machen können So, bis ich in Level 55 bin, also bis gleich Uh, da unten ist ein Maulwurf Äh, es gibt nämlich hier, das würde ich nämlich immer testen Ich habe auch Maulwürfen schon mal gefragt, ob er es ausprobiert hat Jetzt unabhängig vom Namen Äh, gibt es hier diese, Moment Pic Diese Mole-Pic Da brauchen wir diese Klaue von dem magischen Maulwurf Von daher würde ich auch mal ein paar Maulwürfel töten Ich hoffe, wir packen die Können mal scannen eben, mal sehen, ob der in Reichweite ist Äh, in der Hoffnung, dass ich die Zutat bekomme Vielleicht ist es ja besser als eine Metal-Pickaxe Ey, die sehen voll aus wie der Maulwurf Also, wie, äh, aus der Trickfilm-Serie Sehr gut So, ich habe noch mal ein paar Bären gefahren Ein paar wenige So gut, ich probiere das mal Ich kille die gleich mal noch mit hier einfach Ich muss eine EXP machen Das ist jetzt neue Runde, ohne allzu viel Schaden zu bekommen Ja, alles gut Am liebsten würde ich da so einen noch mal tamen, um ehrlich zu sein Die sehen voll cool aus Einfach für die Sammlung, bitte Schade, leider keine Truhe Aber nach denen sollte man mal ein bisschen mehr Ausschau halten Ey, ohne Scheiß Ich kann mir vorstellen, dass das besser ist als die Metal-Pickaxe Weil das ist alles so mächtig, immer das Zeug Äh, was von den Viechern droppt Oder warum man die seltenen Zutaten braucht Also könnte es sich lohnen, das im Auge zu behalten So, ich mache das mal wieder nach oben Oder? So, wenn wir unten noch ein Belohn springen Dann geht's mal wieder nach oben Ah, die ist Level 2. Lass die mal probieren. Was sind aber die schaffen? Die haulen halt übel dran, die Viecher. Oh nein, 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 nein. Nein. Weg. Scheiße. Aber werde ich denn irgendwie los? Alter, macht der Schaden. Oh, fuck, ist ein Drache an uns dran, Leute. Nicht hier runterfallen. Nicht hängen bleiben. Nicht runterfallen. Alles gut, oder? Alles gut? Nein, ist immer noch an uns dran. Fuck. Komm, geh auf den Wolf oder so, nicht auf mich. Ich will eigentlich nicht... Oh, das ist ein Wehrwolf. Okay, er ist nicht mehr an uns dran. Wie stark sind denn die Wehrwölfe? Jagt mir nicht so einen Schrecker ein, meine Güte. Fuck, ey. So ein Kack, Wolf. Ja, also ein Wehrwolf ist zu stark für uns. Der hatte voll Ausschlag gehabt. Äh, also... Ja, der hatte Ausschlag, der Wolf. Den lassen wir. Nee, was ich sagen wollte ist... Und ich habe keine Bären mehr drin. Da ist... Äh... Oh, nein. Scheiße. Den werde ich wahrscheinlich nicht los, Leute. Oh, fuck. Der macht doch zu viel Schaden, den gehe ich niemals down. Fuck. Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich absteigen vielleicht und wegrennen? Mal sehen. Okay, ich bin down. Fuck. Das wird jetzt voll hart, irgendwie... Mein Loot wieder zu bekommen. Oh, nein. Ich brauchte den Affen zum Leveln. Scheiße. Oh, je. Kann der Tor eben jetzt hinterher? Okay, das ist jetzt so ziemlich ruby. Aber ich muss ja irgendwie an mein Loot wieder rankommen. Ich muss die wegloggen. Die Viecher. Das ist voll gefährlich gerade hier. Kann ich hier hin, ohne dass die mich angreifen? Sieht gerade so aus. Ich muss... Nein. Ich glaube, der ist gerade gekommen, oder? Der Affe lebt noch! Jetzt nicht mehr. Komm mit, Affe. Komm mit. Komm doch! Ey, dass die da nicht loslaufen, ne? Jetzt, 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 jetzt. Okay, vielleicht schaffen wir es noch. Natürlich nicht. Weil ich auch einfach mal 20 Minuten gebraucht habe, um loszurennen, ey. Meine Fresse. Habe ich die Akku immer noch? Ach, Mann, was geht denn hier ab, ey? Alter, das ist voll gefährlich hier. Okay, Akku loswerden. Möglichst nicht unsere Base locken, den Drachen. Ja, also der Affe ist down, aber egal. Ich nehme erstmal dann so einen Lobob-Affen, um jetzt die 554 zu machen. Und im Anschluss würde ich sowieso dann erstmal Fabrikator bauen. Und Niederbiegens und so fahren. Aber erstmal will ich jetzt meinen Lob dran kommen. Das wird interessant. Oh, was geht denn hier? Okay, das sind Quetzel. Ich habe schon Schreck bekommen. So, okay. Mein Lobb ist da. Ich lande da jetzt einfach schnell. Und sterbe wahrscheinlich. Nein. Dass man da nicht aufsteigen kann, wenn man da am Kopf steht. So schnell weg. Das war mal allerhöchste Eisenbahn gewesen, will ich meinen. Hahaha. äh 51 level 51 eisbär eisbär ah der wird halt ewig dauern oder man kann ich dann den sattel dafür machen brauche ich da keinen sattel oder was oh den hätte ich gerne die sind doch akku die viecher ne glaube ich ich buddel mal ein loch leute ich probiere es ich will unbedingt den eisbär haben ich muss das mal die wehfe weglocken level 51 ist echt krass und eisbär ist glaube ich ziemlich stark stärker als ein affe fragt uns an wie schnell die sind so ich hoffe das war eine andere ich habe mich nicht an aktuell sind ja sogar 5 grad das ist ganz angenehm aber die sind ich glaube die sind zu langsam oder mir kommt die wird langsam vor ich will trotzdem Eisbär haben oh nein wow haut er rein das loch ist zu klein das kommt jetzt müsste aber ein blumsen oder yes wir haben ihn drinnen nice okay cool jetzt muss ich noch ein betäubungszeug holen und primeat könnte ich wahrscheinlich noch gebrauchen müssen wir gucken dass ein gumbel nicht plötzlich zur hilfe kommt oder so das wäre scheiße kann er mich hier treffen ja kann er okay dann mache ich mir wieder und hier macht mehr sinn so am besten ich baue mir gleich was wo ich auch den püppel drauf landen kann würde ich ihn machen so das können ein bisschen klein sein oder ich mache es noch nicht bei ihm im loch landen was mir ein bisschen Sorgen macht ist dass der Eisbär da vorne von dem könnte man halt Akku bekommen theoretisch wenn ich auf den nicht schieße muss man sich aufpassen so weiter gehts so ist mein guter ich habe mega Bock auf den Eisbär freue ich mich drauf wobei kriegen wir den heute wir können wir dann relativ easy auf Level 60 leveln denke ich sollte vielleicht noch nicht in dem gebiet machen wo die drachen rumfliegen und so aber ich könnte ja einfach Wüste machen mit dem alles umkloppen oder muss ich mal gucken ich weiß es noch nicht eigentlich magic muss mal schauen er ist betäubt wir haben ihn ok alles klar Mauerwurf hat gesagt er würde Prime Meat vorbeibringen das heißt ich gebe ihm mal eben die Koordinaten durch wow Mauerwurf ist ja richtig schnell Essen ist da Alter bist du fix man das gibt es ja gar nicht Moment so ich hoffe die essen Prime Meat ich denke mal schon nice 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 Dankeschön ey von welchen Tieren holst du eigentlich immer das Prime Meat? Adler geht am besten ok alles klar hast du rausgeholt? jo ist drinne mit dem Bären achso ok ok cool ganz ruhig du machst nix wenn du vorbei hätte es passieren können dass ich Akku bekomme theoretisch da gerade so zu mir hingeguckt aber man muss wirklich unmittelbar vor dem Stehen damit man die Akku bekommt also alles gut eigentlich müsste er gleich fertig sein jeden Moment da würde ich den glaube ich gleich mal ausprobieren dann an den Affen also wenn er die Affen nicht schafft dann ist er eh kacke ne also das soll er packen hoff ich oh ich komm Juuu wie nenn ich dich denn ich hab keine Ahnung eisiger Skull ich bin immer so kreativ hä so ok jetzt muss man sich irgendwie rausbekommen ich hoffe ich kann jetzt draufsteigen ey ich würde mich jetzt freuen ja nice achja der wird sich richtig kacke steuern aber mal gucken trotzdem machen wir einen Bär ach ist der langsam ach herrje Moment ok mein Guder so dum 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 das ist wieder zu viel ach herrje ist der langsam ok das ist echt doof so gut dann legen wir uns mal wollen wir uns mit Zweifeln gleichzeitig anlegen das kann halt auch voll nach hinten losgehen ne ist der echt überladen ne der ist einfach nur langsam oh man na dann gucken was der einen Schaden macht wir hauen mal erstmal den hier weg der haut aber relativ schnell zu ne der wehrt sich ja gar nicht der wehrt sich wirklich nicht wir sehen was das an xp bringt ey ah die bringen ja auch ähm primate was gut zu wissen so die frage ist wie skillen wir den guten ähm stamina scheine ich nicht wirklich zu brauchen helft bringt nichts was der langsam hihihi scheiße er stamina weiß ich nicht das geht ganz langsam wunder ich-ich-ich ich-ich-ich Damage, dann machen wir tief, tief nichts falsch. So, okay, dann legen wir uns mal mit den Affen an. Schade, dass der so langsam ist, ansonsten ist er total cool. So, mal gucken. Wer gegen Affe? Aber er müsste halt schon stärker sein als ein Affe trotzdem dann jetzt. Der haut halt sauschnell zu, ey, das ist sau nice. Die Affen kommen gar nicht zum Schlagen, witzig. Weil da immer so ein leichter Knockback dabei ist. Und das Beste ist, er kann einen Fleischer bauen. Das können Affen nicht, weil er immer voll nervig ist. Habe ich noch den Wert ab? Noch nicht? Wow, okay, krass. Also langsam. Aber er ist auch niedlich. Ganz niedlich. Oh man, dann liebste man sich ja die Augenfarbe von denen ändern können, ey. Verdingt die mich gerne niedliche Kollaugen machen. Aber egal. Bis bald. Bis bald. bbie. Bis bald. Vielen Dank.